Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Resident Evil Village here auf Trans17TV. Euer T, wie immer für euch am Mic. Ganz lieben Dank nochmal für die Comments und Like auf das Projekt. Bitte auch weiterhin das Projekt unbedingt mit einem Daumen unterstützen und den Kanal abonnieren und die Glockte aktivieren. So, hier geht's weiter. Ich hab die... der Kech des Giganten. So, den haben wir jetzt. Was? Ich hab die vier... Heisenberg aufsuchen. Ich hab die vier Flakons hier jetzt integriert und jetzt haben wir diesen Kelch gekriegt. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Wir haben hier gut eingekauft. Wir könnten nochmal eben speichern. Das machen wir auch. So, ich hab nämlich hier noch ein paar Sachen gekauft eben und aufgerüstet. die Waffen alle hochgezüchtet hier. Mal eben gucken. Ah, am Friedhof. Was haben wir hier? Zugbrücke. Genau. Ich glaub, wir müssen zur Zugbrücke, ne? Genau, deswegen sind hier auch die Flammen angegangen. Da machen wir uns mal auf den Weg. Oh. Ich glaub, hier bin ich auch noch nicht gewesen. Was ist, was ist hier? Vielleicht sind wir hier doch irgendwann schon mal durchgegangen. Okay. Was war das? Das möchte ich allerdings auch mal wissen. Gehen wir hier mal rauf. So, wir haben 51 Schuss. Nachladen brauche ich erstmal nicht. So, und hier müssen wir bestimmt den Kelch jetzt reinsetzen. Kelch des Giganten. Schauen wir mal, was da passiert. Oh. Das ist ja meine Mechanik. Cool. Soweit. So gut. Geht's jetzt nach unten? Ja. Okay. Lieber mal in Achtungstellung hier sein. Oh, ich bin mal gespannt, was jetzt wieder kommt. Oh, da kann man durch. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha. Na los, komm einfach über die Brücke. Oh, hier können wir nochmal abspeichern. Ah, Ethan Winters. Willkommen. So ist es. So ist es. Oh, bezwungen, Respekt. Hast du in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich mag dich nicht. Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Hm, genau. Was soll das werden? Jetzt sind wir auf einmal Freunde, oder was? Du klingst wie eine Tünte. Okay. Oh. Mal gucken, wir doch gleich mal, ob hier noch irgendwo was ist. Ja, ich hätte natürlich noch die eine oder andere Kleinigkeit mehr an Schätzen hier holen können. Aber ich glaube, wir sind so gut ausgerüstet, das sollte eigentlich auch so klappen. Hoffe ich zumindest. Da haben wir noch was. Schießpulver. Schauen wir doch gleich mal. Noch irgendwas herstellen. Nö. Ja, hier habe ich nochmal ordentlich aufgerüstet. Ich habe noch ein paar Scharfschützen, äh, äh, ja, Scharfschützen-Munitionssachen gekauft hier. Blend-Geschoss. Ja, da kann man erstmal, eine Rohrbombe habe ich aber fünf Stück. Das ist jetzt nicht so. Da kommen wir nicht rein. Okay. So, was haben wir hier denn? Acht Schuss, das ist ja auch nicht die Welt. Aber das konnte ich bei ihm auch nicht kaufen. Da ist gar nichts mehr. Oh, da habe ich jede Menge. Und gerade die Blend-Granaten, die hätte ich gut gebrauchen können. Die bringen ordentlich was. Äh, nicht die Blend-Granaten, sondern die Explosions-Granaten. Explosions-Granaten, genau. Explosiv-Geschosse heißen sie, glaube ich. Okay. Shipikalie. Volles Risiko. Na? Die Mitresko sehe ich da schon mal. Mia. Wahrheit tut weh, hm? Da ist er. Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Genau. Ich werde sie retten. Sieh mal. Du, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! ein monströses Miststück, eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich, ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal an! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Genau. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Ich glaube, den kriegen wir gleich. Den da unten so einen Krach macht. Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Äh, nee, lieber nicht. Oh, ich will da nicht runter! Och, nee! Shit! Shit! Och, nee! Scheiße! Geh doch runter! Was machst du denn? Äh, shit, hier. Schlaggasse! Da rein! Da rein! Scheiß drauf! Ach, jetzt sind wir sowieso noch nicht los. Das weiß ich jetzt schon. Was war das für ein Ding? Okay, jetzt müssen wir die größere Geschosse auffahren hier. Frostige Reste. Okay, kann man noch irgendwas machen hier? Wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt... Wie sieht das denn mit den Waffen aus? Die ist ja sowieso leer. Aber wenn wir jetzt was finden, dann ist es natürlich schwierig. Momentum... Ähm... Ich nehme mal... Wo ist denn das Ding jetzt? Das sind die... Minen. Die Rohrbomben. Ähm... Vier Stück Rohrbombe. Äh... Schnellzugriff. Die nehme ich jetzt mal hier hin. So. Okay. Okay, jetzt ist der unten noch. Da komme ich hoch. Das ist schön absuchen hier. Rostige Reste. Da komme ich nicht weiter. Ah, ich sehe schon wieder. Ich glaube, das schaffen wir beim ersten Mal nicht. Es kommen auch noch Viecher. Ah, da sind bestimmt noch Sachen gewesen, die ich... Okay. Da... Brauche ich unbedingt... Mehr von. Flinte. Ich muss jetzt alles auf die Flinte machen, möglichst. Hinten noch irgendwas, was ich übersehen habe. Ne. Okay. Da ist noch eine Kiste. Ah. Nochmal Flinte. Okay. Okay. Er geht jetzt. Ich die durchladen. Gut. Durchladen. Durchladen. Hammer. So, damit muss ich auf jeden Fall starten hier mit der Flinte. Weil alles andere... Wird gleich problematisch, schätze ich mal. Oh mein Gott. Ich muss zurück nach oben. Oh mein Gott. Da ist noch eine Kiste. Scharfschützen. Scharfschützen. Position. Kann ich hier schon irgendwas... Nee, hier kann ich noch nix. Sehen. Noch nix machen. Okay. Okay. Alright. Oh, da ist nochmal der Händler. Was haben wir hier? Drücken. Was ist das? Onkel Händler. Ja. Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Ja. 50.000. Jetzt bietet er den größeren Koffer an, der Sack. Jetzt, wo ich kein Geld mehr habe. Das ist ja auch lustig. Die Sacknaht. So. Flinten Munition. Da kaufe ich alles, was geht. So. Jetzt bietet er den großen Koffer an. Die Sacknaht echt. Da nehme ich noch einen von. Unbedingt. Nimm ich noch einen. Hahahaha. Hahahaha. So. Schuss. Oh. Da kann man aber richtig zuschlagen hier. Hahahaha. Hab er aufgerüstet hier. Ja. Da kann ich nix mehr machen. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Ein Dietrich habe ich noch Sonst habe ich alles verkauft Alles klar Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen mein bester Scheiße der ist hier irgendwo Da kann ich wieder zurück Da kommt glaube ich erstmal Viecher Da kommen jetzt glaube ich erstmal Viecher Wo sind hier da Viecher Schisspulver Ich glaube da sind Viecher hinter Ich will da nicht hinter Okay gib mir mal das Messer So theoretisch könnte ich jetzt nochmal zurück gehen Zu dem Dicken Und den euren Schädel verkaufen Oder komme ich nicht mehr zurück Tatsache Haha Oho So Den verkaufe ich nochmal eben 3500 bringt der So Da könnte ich noch Einen von nehmen Wusste ich doch Dass dich das interessieren würde Danke für deine Treue Gerne mein bester So Einmal nochmal Gesundheit mitgenommen So Wir sind aber schon fast Ja mein Lieben Es tut mir ganz Doll in der Seele weh Aber Den Kampf Werden wir beim nächsten Mal angehen Ich werde hier jetzt abspeichern Wir sind auf jeden Fall vorbereitet Und wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Denn sonst wird die Folge Ich denke mal Das wird ein längerer Kampf Wird die Folge hier Extrem zu lang Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da Das nächste Mal geht es hier richtig ab Haut rein Meine Lieben Ciao Ciao Ciao